Wie erreiche ich innere und äußere Freiheit? Na, indem ich sie mir einfach nehme. Ole, ole, ole. Antwort geklärt. Blog-Eintrag zu Ende. Ciao. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Blog-Tante. Abspann. Dill, 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 dill. Okay. War dir etwas zu einfach? Ah, jetzt komm. Es mag ja wirklich vielleicht einfach klingen, aber am Ende ist es so. Das Problem an der Sache ist nur, dass viele gar nicht wissen, was Freiheit überhaupt bedeutet, weil es ihnen schon von klein an gar nicht erst beigebracht wurde. Einige sind schlicht, ohne es jemals zu bemerken. Zum Beispiel Opfer ihrer eigenen Umstände und der eigenen Erziehung geworden. Tu dies nicht, tu jenes nicht und merk dir auch gleich erst mal, nur wenn du dieses oder jenes für mich tust, habe ich dich auch wirklich lieb. Aber auch nur dann, kommst du auf eigene Ideen, Wünsche oder Gedanken, muss ich dich leider fühlen lassen, dass du gar nicht so liebenswert bist, sondern anstrengend und unbequem. Und ehe sich der ein oder andere dann versieht, lebt er später nur noch als Wunscherfüller für die, die einen den ganzen Tag umgeben. Eigene Träume, ade, eigene Entwicklung und Förderung, das schickt sich nicht. Wer bin ich denn auch, dass ich das überhaupt verdiene? Und diesen Glaubenssatz an sich erst überhaupt einmal zu entdecken und danach dort auch wieder rauszukommen, ist gar nicht so leicht. Wurde man doch bisher immer mit Zuneigung belohnt, wenn man andere glücklich und zufrieden macht und am besten gar keine eigenen Ansprüche stellt. Freiheit ist das aber nicht. An sich selbst denken bekommt bei vielen schnell den Geschmack von grässlich-hässlichem Egoismus. Aber wer die eigene Mitte und somit Frieden in sich selber finden will, wird zunächst einmal lernen müssen, sich von all dem Negativen abzugrenzen, das einen, so wie man in Wahrheit ist, ja eigentlich gar nicht haben möchte. Man muss also Adios sagen zu den ganzen schlechten Einflüssen von eigennützigen Manipulationen anderer, von teilweise auch ungünstigen Familienstrukturen oder vermeintlich tollen Freunden oder Beziehungspartnern, die einem bei genauer Betrachtungsweise eigentlich nur sämtliche Kräfte rauben, anstatt jemals irgendetwas davon auch nur ansatzweise einmal zurückzugeben. Aber was bedeutet Freiheit denn nun überhaupt, so ganz generell? Nun, das wird individuell für jeden etwas anderes sein. Der eine glaubt, sie in unerschöpflichen finanziellen Mitteln zu finden, der andere auf der Berghütte ohne Kontakt zur Außenwelt, der nächste empfindet vielleicht Freiheit, wenn er 20, 50 oder 180 Frauen sexuell beglücken und danach wieder zum Teufel jagen kann. Wie gesagt, jeder wird es ein wenig anders sehen. Wichtig ist nur, dass du dich selbst und all die anderen in deinem Leben nicht für dumm verkaufst und ihnen eine Maske präsentierst, auf der das Wort Fake News in riesigen Lettern über deine ganze Stirn geschrieben steht, wenn du verstehst, was ich meine. Aber dazu später. Für mich jedenfalls ganz persönlich bedeutet Freiheit, schlicht das Leben zu leben, das ich möchte, mit den Menschen, die mich und die auch ich wirklich um ihrer selbst willen liebe. Es bedeutet, sich einen Raum zu erschaffen, in dem man sich frei und ungezwungen vollständig zu allem, was man ist, entwickeln darf und die eigenen Fähigkeiten auch in einer Gruppe gesehen, geschätzt und gefördert werden. Meiner Meinung nach beginnt das unfreie Gefühl nur dann in einem zu brodeln, wenn man sich aus welchen Gründen auch immer eben nicht zu der Person entwickeln konnte, die man in Wahrheit eben ist. Wenn du also zum Beispiel in einer Familie groß geworden bist und in frühen Jahren schon gelernt hast, dass es nicht in Ordnung ist, wie du bist, weil du deinem Vater oder deiner Mutter mit deiner Individualität schon immer zu schwierig gewesen bist, dann lernst du leider, dich zurückzuziehen auf dich und deine Wünsche am Ende vielleicht sogar zum Wohle aller, gänzlich zu verzichten und später dann, dann hast du vielleicht viel in deinem Leben erreicht, aber da bleibt ein Gefühl in dir zurück, ein Gefühl, dass dir irgendwie noch etwas fehlt. Vielleicht wirst du sogar depressiv, irgendetwas ist irgendwie zu kurz gekommen und das zieht jetzt an dir wie ein schwerer Mehlsack, den du keuchend bis in alle Ewigkeit verdammt, gefühlt wie durch eine trostlos vertrocknete Wüste schleppen musst. Vielen ist nur leider nicht bewusst, was denn nun ganz genau so nervig an einem zieht und deswegen sitzt man dann da und versteht einfach nicht, woher dieses leere Zuggefühl in einem nur dauernd kommt und wie es dieses blöde Gefühl nur schaffen kann, den schönsten Sonnentag in echt miese, petriges Graupel, Schauer, miese, verpisst euch alle, kein Bock mehr, Wetter zu verwandeln. Kurt Krömer sprach davon, 30 Jahre depressiv gewesen zu sein und es nicht einmal bemerkt zu haben. Er dachte, er arbeite einfach nur zu viel, er sei müde, dass er einfach schrecklich traurig war, weil etwas da in ihm viel zu kurz gekommen war. Das bemerkte er schlicht einfach nicht. Deswegen gehe ich doch nicht gleich zu einem Psychologen und lass mir die Schrauben richten, mit mir stimmt doch alles, könnte ein Gedanke sein, der dem einen oder anderen bekannt vorkommen könnte. Zurück zu jedenfalls nicht wertgeschätzten Anteilen. Wenn man dann später im Leben älter wird und diese unerfüllten Anteile in einem weiterhin kein Gehör finden können, dann gibt es da zwei ganz unterschiedlich ungünstige Richtungen, in die man sich dann unbewusst weiterentwickeln könnte. Entweder glaube ich mir jetzt alles zurückholen zu müssen, ohne eigentlich genau zu wissen, was das ist, und lebe meinen triebgesteuerten Steinzeit-Uga-Uga-Willen vollkommen rücksichtslos und das auch noch auf Kosten aller anderen aus, frei nach dem Motto, und jetzt komme ich und sonst niemand mehr. Ich werde also ein recht gefühlloser Trampelarsch, ein Egoist, ein Mensch, der heimlich beschlossen hat, es nun allen heimzuzahlen, weil er nie so recht gesehen wurde, besonders von den eigenen Eltern nicht. Oder ich lebe einfach so weiter, wie ich es schon kenne und verstecke mich, wenn es wichtig wird, verhindere mich und setze fort, was ich von früher kenne. Hauptsache, ich werde kein Problem. Ich mache einen Job, der mich nicht erfüllt, ich habe Freunde, die keine Freunde sind, ich stecke meinen Kopf in den Sand oder wahlweise in den Alkohol oder andere Schmucke-Drogen, um mich nicht so fühlen zu müssen, um das dumpfe, unbestimmbare Gefühl in mir nicht fühlen zu müssen, den unerklärlichen Abgrund. Ohnehin scheint es ja auch gar nicht erwünscht zu sein, zu werden, was oder wer ich wirklich bin. Ich verdränge mich also erfolgreich weiterhin und wundere mich aber trotzdem weiter darüber, warum ich morgens immer wieder mit diesem lähmenden Gefühl in mir erwache, dem Gefühl, dass ich in Wahrheit gar nicht glücklich bin. Sicher, es gibt noch unzählig weitere Richtungen, in die man sich gefühlt entwickeln kann, aber was bleibt, und das kennen Sie alle, die vielfältigen Strukturen, ist das innere Gefühl von Leere und von Traurigkeit. Irgendwie fehlt da dieses beschwingte Gefühl von rettungsloser Freiheit, von Akzeptanz, von leichtfüßiger Präsenz, und das liegt nicht nur daran, dass man sich zu wenig bewegt. Man könnte wohl einen Marathon gewinnen und läge danach wohl trotzdem allein in seinem Bettchen und wüsste nicht, wohin mit sich. Zunächst sei daher also einmal gesagt, um frei zu sein, muss die eigene innere, authentische Freiheit wachsen dürfen, damit sie sich auch in der äußeren Freiheit widerspiegeln kann. Denn alles, was du tust und nicht tust, hat einen Effekt auf alles Innere und auch Äußere in deinem Leben. Aber wie findest du sie denn nun, deine innere Freiheit? Du schaffst sie dir, indem du dir ehrlich Zeit für dich selbst nimmst, nur für dich allein und mal schaust, was dich denn wirklich und in Wahrheit glücklich machen würde. Vielleicht musst du dich also erstmal in vielen Dingen noch ausprobieren. Vielleicht findest du ein Gefühl von Freiheit, wenn du auf Reisen gehst. Andere finden Freiheit, wenn sie ungezwungen stundenlang vor dem Computer zocken können. Und wieder ein anderer braucht seinen Sonntag, an dem er im Hallenbad 3000 Meter schwimmt. Niemand zieht an ihm, niemand spricht ihn an, nur er und das Wasser, nur er für sich allein. Unfrei beginnt man sich jedenfalls immer nur dann zu fühlen, wenn man Dinge tut, die man in Wahrheit gar nicht machen will. Wenn man, wie gesagt, zum Beispiel einen Job hat, der einen in Wahrheit nicht erfüllt. Wenn man mit einem Menschen zusammenlebt, der in Wahrheit gar nicht zu einem passt. Wenn man große Erfolge feiert, um anderen etwas zu beweisen, das alles aber im Grunde für niemanden, vor allem nicht für sich selbst tut. Vielleicht hat man dann zum Beispiel mal einen unfassbar berühmten Marathon gewonnen und liegt danach trotzdem verheult im eigenen Bettchen herum und fragt sich, wie man mit der schweren Goldmedaille um den Hals denn in so einer Situation jetzt noch traurig sein kann. Und dann denkt man aber vielleicht mal etwas ausgiebiger nach und vielleicht erkennt man dann sogar den Ursprung des Ganzen. Vielleicht bemerkt man, dass man den Marathon gar nicht des Marathons wegen gelaufen ist, sondern einfach eigentlich nur aus einer Wut heraus. Aus Wut darüber, dass der eigene Vater einen als Kind schon für einen Versager gehalten hat. Und um ihm zu beweisen, dass man in Wahrheit doch ein Gewinner ist, hat man eben vor 15 Jahren damit angefangen, wie ein Irrer zu laufen. So weit und so schnell die Füße einen tragen, auch wenn man Laufen ja eigentlich selbst vielleicht gar nicht unbedingt so großartig findet. Aber man war eben gut darin und der eigene Vater hat einen nicht zur Schnecke gemacht, wenn man mit einem Sieg nach Hause gekommen ist. Und am Ende, jetzt Jahre, Jahrzehnte später, liegt man dann da und hat den wichtigsten Marathon der Welt gewonnen und ist aber trotzdem schrecklich traurig, weil der Einzige, dem man etwas beweisen wollte, eben der eigene Vater war. Dieser lebt aber schon lange nicht mehr und dann wird einem klar, dass das Einzige, was man doch eigentlich nur gewollt hatte, die Anerkennung von eben diesem war. Dass er einen eben nicht für einen Deppen hält. Eigentlich wäre alles gut gewesen, hätte er ihm nur ein einziges Mal über seinen Kopf gestreichelt, um ihm wissen zu lassen, wie wunderbar und liebenswert er in Wahrheit auch ist und dass er so, wie er ist und war, schon immer genug war. Und das war es dann eigentlich, was der Mann der Junge in Wahrheit doch eigentlich nur gern gehabt hätte, dass ihn jemand einfach so liebt und anerkennt, wie er eben ist. Es war doch gar nicht so viel, was er wollte. Dafür hätte man sich jetzt nicht 20 Jahre schinden oder gar einen berühmten Marathon gewinnen müssen, aber viele erkennen das ihr Leben lang leider gar nicht erst, dass sie all die Dinge gar nicht für sich selbst, sondern für irgendeinen Kummer in sich tun, von dem sie nicht mal wissen, wo er denn eigentlich kommt oder dass er überhaupt in einem existiert. Wir Menschen sind wahre Meister im Verdrängen und Vergessen. Traurig sein ist einfach nicht en vogue. Steve Jobs zum Beispiel bemerkte erst kurz vor seinem Tod, dass der größte Fehler seines Lebens war, den Großteil seiner Zeit nicht mit seiner Familie verbracht zu haben. Hätte er denn nicht die Freiheit gehabt, das zu ändern? Vielleicht hatte er trotz seines beruflichen Erfolgs einfach vergessen, sich die eigentlich wichtigen Fragen über sein Leben zu stellen. Wer weiß. Wir haben jedenfalls alle eine Wahl, wie wir unser Leben führen wollen, sofern wir uns unserer Vergangenheit und unserer Muster auch wirklich bewusst sind. Was ist also die wichtigste Frage, die du dir wirklich einmal ernsthaft stellen solltest? Meiner Meinung nach ist es die Frage, wenn du wüsstest, dass du nur noch einen Tag, eine Woche, einen Monat oder ein Jahr zu leben hast, was genau würdest du dein Jetzt sofort tun? Du solltest dir anschließend überlegen, warum du die Dinge tust, die du aktuell so tust und ob das wirklich deinem eigenen Willen, deiner Freude für etwas und deiner ernst gelebten Wahrheit entspricht und du solltest das passende Umfeld erschaffen, das dich daran unterstützt und sein lässt, wie du bist. Wenn du dir die Momente, in denen du dir gerade etwas Gutes tust, immer von jemandem schlecht oder klein reden lässt, dann wirst du dich sicherlich nicht sehr frei dabei fühlen. Du brauchst also ehrliche und gute Menschen um dich herum, die dich einfach machen lassen und die dir die Wahrheit sagen und diese auch so meinen. Such dir also Menschen, die dich in deinem Träumen unterstützen und die dir beispielsweise so etwas sagen wie Nein, schwimmen ist ein Muss, das tut dir gut, mach das unbedingt, wenn du willst. Ich unterstütze dich dabei, komm, ich fahr dich sogar hin. Nichts wird dich unfreier in dir fühlen lassen als ein Mensch oder eine Umgebung, die dich nicht das sein lässt, was du bist und was dich glücklich macht. Egal, was deine Wahrheit am Ende auch bedeuten mag. Dein Ziel muss Freiheit sein und eine Umgebung, in der du dich entfalten kannst. Wenn es jemanden in deinem Leben gibt, der dich nicht sein lassen kann, was du bist, dann ist er oder sie schlicht nicht für dich gemacht oder muss sich noch etwas weiterentwickeln. Und dabei geht es nicht um puren Egoismus. Es gibt Menschen da draußen, die einen lieben für das, was man wirklich ist. Du musst sie nur finden und den Mut haben, etwas, das dich nicht wirklich glücklich macht, zurückzulassen. Und dies muss ja auch gar nicht auf böse Art geschehen. Manchmal glauben wir auch nur, dass wir gar nicht frei sein könnten mit beispielsweise unserem Partner. Doch manch einer traut sich und beginnt über seine Wünsche und Sorgen frei zu sprechen und ist dann plötzlich ganz verwundert, dass der andere ihm bereit ist, das sogar zu geben. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ohne Mut und Kontakt zu sich selbst und seinen Wünschen, wird das alles nichts. Ein weiteres Beispiel. Wenn du, Uwe, 56, Heizungsbauer, deiner Frau Hildi, schon länger berichten willst, dass du in Wahrheit schon lange eine neue Freundin namens Feli hast und abends aber immer stundenlang stattdessen Tränen verschmiert in den Spiegel guckst, weil die ganze Wahrheit ja eigentlich wäre, dass die neue eigentlich gar keine neue, sondern ein neuer ist und die neue gar nicht Feli, sondern Felix heißt, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du traurig bist. Was würde also helfen? Meiner Meinung nach nur ehrliche und aufrichtige Konfrontation. Du magst halt nun mal in Wahrheit statt Frauen nur Männer. Fein, kein Ding. Männer sind gar nicht so schlecht. Ich kann dich gut verstehen. Deine Ehe ist zu Ende. Okay, bist du sicher? Nun ja, dann solltest du mit deiner Frau oder deinem Mann darüber sprechen. Sag ihr endlich, was dir schon so lange fehlt und dass sich da bisher nichts geändert hat und sag ihr, was du fühlst. Entweder sie wird dich versuchen zu verstehen und ihr werdet gemeinsam einen Ausweg finden oder es wartet ein anderer Weg auf sie, auf dich, auf euch beide. Wichtig ist nur, dass du Freiheit in deiner Wahrheit findest. Die Wahrheit zu dir selbst macht dich frei und der Mut, deiner Wahrheit endlich nachzugehen. Du willst eigentlich gar nicht donnerstags zum Kegeln gehen, tust es aber trotzdem, weil die eigene Freundin sonst sieben Tage lang beleidigt ist und nicht mehr mit dir redet. Vielleicht liegt es dann gar nicht am Kegeln, dass du schlechte Laune hast, sondern daran, dass du in deiner Umgebung jemanden hast, der dich in deinen Wünschen nicht sehen und verstehen will. Das Gleiche gilt auch für dein Gegenüber. Wenn dein Partner unendlich viele Dinge tut, die dich nur noch müde, traurig und angsterfüllt leben lassen, ja Hilfe, nein, dann bitte geh da weg. Dein Partner sollte deine Heimat sein, dein Ruheort, ein Mensch, der dich so sieht, wie du bist und dich dafür lieben kann. Und auch du solltest diese Freiheit mit dir bringen und dein Gegenüber in allem, was er ist und sein will, so gut es geht, entfalten. Wir Menschen werden nur dann wirklich glücklich und frei, wenn wir restlos, ohne Kompromisse, einfach nur wir selbst sein dürfen, ohne Bestrafung, ohne Forderungen. Aber dafür müssen wir kommunizieren lernen, wir müssen sagen, was wir brauchen, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig und wir müssen den Mut haben, auf unsere sehnlichsten Wünsche zu vertrauen und diesen eben nachzugehen. Du bist also immer und grundsätzlich vollkommen in Ordnung, so wie du bist, in all deiner verschrobenen Wahrheit, aber du musst sie auch leben, sie sein, sie fühlen, sie in die Welt hinausschreien und sie auf diese Weise auch ins Leben rufen. Innere Freiheit, die kannst du nur alleine in dir finden und äußere Freiheit bist du selber schuld, wenn du sie dir von irgendjemandem nehmen lässt. Aber klar ist auch, frei sein hat auch immer Konsequenzen, je nachdem, was du als frei sein denn empfindest. Sagen wir, du lebst in einer festen Partnerschaft, hättest aber gern in Wahrheit 20 Affären parallel, dann hast du von Anfang an ja schon gravierend schlechte Mauern gebaut, um innere Freiheit in dir wirklich zu verspüren, denn du warst zu deinem Inneren und auch zu deiner Außenwelt halt einfach nun mal absolut noch nicht einmal ansatzweise authentisch. Sicher, vielleicht hattest du Angst, frei nach dem Motto, da bleibt doch keine Frau, wenn sie so etwas gleich am Anfang hört. Aber nun ja, doch, die Richtige, die das alles genauso sieht wie du, die würde das wohl respektieren. Es gibt nichts, was es nicht gibt auf dieser schönen Welt, aber um die eine, den einen auch wirklich zu 100% zu finden, musst du dein Inneres zu 100% im Außen wahrhaftig spiegeln. Wenn du du bist, siehst du die in dein Leben, die dir gleichen, die dich verstehen, die genauso sind wie du. Ich kann ja hier nur von mir berichten, aber die Menschen, die mich in meinem Leben umgeben, die lassen mich sein, was und wie ich bin. Ich erzähle ihnen von meinen Wünschen und Fehlern, von meinen Träumen und Ängsten und die, die bei mir sind. die unterstützen mich darin, all das zu werden, was ich sein und werden will. Und alle, die das nicht verstanden haben, die mich strafen wollten, für mich und meine Freiheit, einfach ich zu sein, die habe ich am Ende immer zum Teufel gejagt. Ich lasse mir von nichts und niemandem jemals meine Freiheit nehmen, glücklich zu sein, mich zu entfalten, um das zu tun, was ich liebe. Und diese Freiheit, diese Liebe, gebe ich zurück an alle, die sie um mich herum dann haben wollen. Ich unterstütze jeden gern darin, er oder sie selbst zu werden. Es gibt nichts Schöneres, als sich selbst und andere in Wahrheit stolz erblühen zu sehen. Du bist jedenfalls wunderschön. Genauso wie du bist. Mit all deinen Schwächen, verqueren Wünschen, Sehnsüchten und vermeintlich blöden Fehlern. Wenn du weißt, was du willst, was dich glücklich macht und welche Ziele du im Leben hast, dann bist du frei. Frei zu tun, was auch immer du willst. Frei, ein Leben zu erschaffen, das du leben und erfahren willst. Frei, dein Leben mit Menschen zu besehnen, die dir nur dein Bestes wollen. Aber du musst dazu deine ganz persönlich eigenen Grenzen setzen und dir klar vor Augen führen, wie dein Leben letztlich aussehen soll. Und dann musst du alles, was davon abweicht, rigoros aus deinem Leben schlicht entfernen. Adios, amigo. Ciao. Auf nimmerwiedersehen. Und bist du den Schritt dann erst einmal gegangen? Und ja, am Anfang mag das erst einmal schwierig sein, weil klar, das Außen wird auf dein verändertes Innen vermutlich nicht in allen Fällen erst mal sehr charmant reagieren. Schließlich kennt es dich so gar nicht, so plötzlich, so ganz anders, so ehrlich, so zielgerichtet, so anders, so plötzlich, ganz du selbst. Aber hast du damit erst einmal begonnen? Dann beginnt sich alles um dich herum so zu formen, wie du es letztlich haben willst. Da kannst du mir ruhig vertrauen. Neulich saß ich alles, was du bist. Und es gibt sie, weißt du, die Menschen da draußen, die dich sehen, die uns beide sehen, einfach nur für das, was wir in Wahrheit sind und die uns freilassen und die auch wir in Freiheit mitbegleiten wollen und die für uns Inspiration, Motivation schlicht ein Segen sind. Ein gegenseitiges Paradies in Akzeptanz und Selbstentfaltung. Du kennst das noch nicht? Es ist da draußen und wartet, dass du dich danach auf die Suche machst. Wann schmeißt du es also hin, das Leben, das du dir wie ein Gefängnis selbst erschaffen hast? Wann platzt er dir? Der Kragen der selbstgebauten Presswurst-Hülle, in die du dich im Laufe der Jahre selbst hineingezwungen hast? Die Freiheit, sie beginnt jedenfalls in dir, in dir allein und sie wird sich von innen hinaus am Ende in deinem Außen spiegeln. Daher nur Mut, du liebe, schöne Seele. Finde und entfalte dich. Werde endlich der Mensch, der du in Wahrheit bist. Alle anderen gibt es schließlich schon. gut. Gut,